Wie beweist man unsere Freiheit? Man kann sich andere Länder anschauen. Da sind die Menschen weniger frei. Aber wie beweist man, dass man wirklich frei ist? Einen freien Willen hat. Ich denke, man brauchte eine Vision. Eine sehr persönliche. Sich selbst zu besiegen. Und irgendwann anzukommen. An einem Ort, der neu ist. Den man aber schon aus seinen Träumen kennt. Die einzige Grenze, die einen von völliger Freiheit abhält, ist nur noch die eigene Vorstellungskraft. Die Wahrscheinlichkeit, dort anzukommen, ist sehr gering. Aber will man wirklich leben, ohne es versucht zu haben? Für mich gibt es da nur eine Möglichkeit. Einen Traum. Und diesem Traum nachjagen. Für jemanden mit einer Goldmedaille ist das leicht zu sagen. Aber bin ich wirklich angekommen? Ziele hören nicht auf. Nur wer naiv genug ist, lernt sie kennen. Und wo er uns nicht использовали, wenn's der lord, dann wird das oder die zukünftige AttLike. Särvenリpezerein. Ich nightz